Es ist ein tolles Begriff für diese jungen Spieler, die Coca-Cola und Kaimajola Week. Diese Spieler sind wirklich talentiert und es ist einfach so, dass sie alle hier in Bloemfontein auf einen tollen Tag und sie zeigen ihre Talenten an einem tollen Level. Die 1 und 2 sind Time Cricket. Wenn die Team gewinnen die Toss wird, wird 65 Overs zu beten. Wenn die Team gewinnen die Toss und die andere Team in den Beten wird, wird 75 Overs. Das macht es sehr interessant, die Team wollen die Totschäden. Die Team zu beten ist wichtig, dass die Totschäden zu beten. Die Totschäden zu beten ist, dass die Totschäden zu beten. Die Totschäden zu beten ist, dass die Totschäden zu beten. Das ist für die ersten zwei Tage. Die Totschäden sind zwei Totschäden. Die Totschäden und Totschäden sind zwei Totschäden. Ich denke, unsere Team hat gut gemacht heute. Auf der Bolling-Side könnte es besser sein, aber auf der Bolling-Side haben wir gut gemacht. Ich bin glücklich für unsere Team. Glück für den Rest der Woche. Wir spielen zusammen als Team. Das macht die Unterschiede. Wir sind immer wieder einigen. Wir haben mehr als Team gearbeitet. Wir haben mehr als Team gearbeitet. Das hat uns geholfen. Wir haben die Totschäden gemacht. Das bedeutet, dass ich mich sehr viel helfen kann. Das ist natürlich wichtig. Die Team kommt zuerst. Ich bin sehr stolz auf meine Totschäden. Ich bin sehr stolz auf die Totschäden. Das bedeutet, dass ich mich sehr gut gemacht habe. Ich habe nicht gespielt für eine Jahrzehnte. Es ist besonders wichtig. Es ist besonders wichtig. Es ist besonders wichtig für die Team. Wir sind unter Druck. Es ist besonders wichtig. Ich habe mich sehr beeindruckt! Ich bin noch mal wahaten. Ich habe die Team gearbeitet. Der commanders hatèmes zach sih. Ich bin einフímiden. Untertitelung des ZDF, 2020